Ok, ganz kurzes Statement von mir. Ich fühl mich gerade Traktionsstöcke über Berlin. Wir müssen in 25 Minuten losfahren. Wir sind gestern um 4 Uhr morgens nach Berlin gefahren. Alex, Timo und ich, sehr spontan. Wir wollten auch sehr viel filmen, allerdings hat die Flipkämpfer gesagt. Deswegen haben wir leider keine tollen Ips aus Berlin gemacht. Hier nach vorne wohnt die Kanzlerin. Da ist der Reichstag, da ist der Fernsehturm. Und direkt hier ist der Berliner Hauptbahnhof der Große. Alex, der noch nicht weiß wie er aussieht und nichts anderes sagen kann als halt ein Mauernmann. Alex, wo ist denn los? Wir fahren aber bald wieder nach Berlin und dann gibt es auch ein großes Video davon. Timo, Ramm automatiskt. Timo, Ramm, Valentin. Timo und Troyes aus der Regel. Timo und Troyes aus der Regel. Timo, Ramm, Albert cụ, Mämmert. Vielen Dank.